Hi! Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, mehrere YouTuber machen bei der Aktion UGH mit, also YouTuber gegen Hass. Bei dieser Aktion geht es um Ausgrenzung und Intoleranz, zum Beispiel gegenüber Ausländern, Homosexuellen oder Behinderten. Und ich habe mir davon einen Bereich ausgesucht, und zwar den Rassismus und möchte mit euch darüber reden. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Rassismus, zum Beispiel den offensichtlichen Rassismus, wo jemand auf der Straße beschimpft oder sogar angegriffen wird. Und dann gibt es noch den eher subtilen Rassismus, den man eigentlich nur eher mitbekommt, wenn man selbst betroffen ist. Auch ich habe Erfahrungen mit Rassismus gemacht, jetzt Gott sei Dank nicht mit der ersten Variante, aber mit der zweiten. Und ja, wie viele nämlich von euch wissen, habe ich selbst auch einen Migrationshintergrund. Und zwar habe ich russische Wurzeln, und ich bin selbst erst mit fünfeinhalb Jahren nach Deutschland gekommen. Und deswegen erzähle ich euch in diesem Video einfach mal ein paar Geschichten, die ich so erlebt habe, von klein auf bis eigentlich jetzt. Das hat bei mir damals schon in der Grundschule angefangen, weil ja gerade Kinder einfach mal so drauf losplappern, ohne zu denken, was sie überhaupt gerade sagen. Und zum Beispiel kann ich mich daran erinnern, wie ein kleiner Junge zu mir gesagt hat, ja, weißt du, Ausländer müssen keinen Strom bezahlen. Und meine Eltern zahlen nur deshalb so viel Strom, weil sie euren Strom mitbezahlen. Und natürlich kann man dem Jungen nicht böse sein. Der hat jetzt wahrscheinlich, ohne darüber nachzudenken, irgendwo aufgeschnappt und plappert es einfach mal so weiter. Aber auch unter Erwachsenen ist mir auch schon so einiges passiert. Zum Beispiel hatte ich, bevor ich geheiratet habe, einen ausländisch klingenden Nachnamen. Und vielleicht kennt man das, man wird ja auch des Öfteren mal zum Beispiel von Telefonanbietern oder sowas angerufen. Und da ist es mir schon sehr oft passiert, dass ich eben angerufen wurde. Dann gehe ich ans Telefon, melde mich, und dann spricht mein Gesprächspartner mit mir so, als wäre ich ein Gorilla, der absolut gar nichts versteht. Und nachdem ich dann irgendwann die Möglichkeit bekommen habe, auch nur einen Satz zu sagen, kann man auch wirklich dann schon die Überraschung in der Stimme hören. Und oft habe ich auch wirklich gehört so, sie können ja Deutsch. Ja. Ja, oder es gibt auch so Sachen, bei denen man dann auch schon richtig wütend wird. Zum Beispiel ist jemandem aus meiner Familie mal Folgendes passiert. Die Person hat einen neuen Job bekommen und wurde eben gerade eingestellt und hat dann ihre neue Kollegin gesehen. Und die Kollegin hat gefragt, woher sie denn kommt, weil ihr Name so ausländisch klingt. Also hat die Person gemeint, ja, ich bin Russin. Und daraufhin meinte die Kollegin, also mein Mann kommt ja selbst von da, aber eins sage ich dir, also ich hasse Leute aus dem Ostblock. Eine weitere unmögliche Sache ist, wenn dein Gegenüber oder wenn generell Leute mit einem richtig überheblich oder halt auch so herablassend sprechen, nur wenn derjenige eben mit einem Akzent spricht. Zum Beispiel habe ich da auch ein Beispiel. Meine Mama, die spricht sehr gut Deutsch, allerdings hat sie eben einen Akzent. Und das heißt aber nicht, dass sie Satzbau oder Wörter irgendwie nicht beherrscht. Also das kann sie alles super. Sie hat halt eben einen Akzent. Und die Geschichte war so, sie wollte in der Bank etwas erledigen und ich habe dann im Auto auf sie gewartet und die ist dann halt schnell reingegangen. Und dann war es halt einfach so, dass die Mitarbeiterin ständig gesagt hat, Hä? Ich verstehe sie nicht. Was wollen sie jetzt von mir? Also, nee, also tut mir leid, ich weiß gar nicht, was sie von mir wollen. Nein, nee, also tut mir leid, ich verstehe einfach nicht, was sie von mir wollen. Und meine Mutter ist dann total aufgelöst und auch richtig wütend wieder zurück ins Auto und wollte dann auch schon nach Hause fahren. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Die Frau ist doch bestimmt noch am Schalter. Ich gehe da hin und ja, ich gehe auch zu ihr und ich schaue mal. Vielleicht ist sie auch einfach nur doof. Und ja, also bin ich an den Schalter und habe genau das Gleiche gesagt. Also wirklich, die Wortwahl war identisch. Und siehe da, ich habe problemlos alles bekommen. Ich wurde sehr freundlich bedient. Ich habe sogar ein Lächeln bekommen. Und daraufhin bin ich natürlich auch vor Wut geplatzt und habe dann die Dame gefragt, was denn jetzt bitte schön so hochkompliziert an meiner Wortwahl war und warum sie es bei mir verstanden hat und bei meiner Mutter, die absolut das Gleiche gesagt hat, eben nicht. Und ob die Dame nicht einfach nur meine Mutter nicht bedienen wollte und sie deshalb so halt eben loswerden wollte. Und die Dame war auch ein bisschen sprachlos und dann bin ich halt eben wütend aus der Filiale dann rausgestampft. Und das war auch echt eine Geschichte, an die ich mich noch so gut erinnern kann, weil ich da einfach so wütend war und es einfach so unfair einfach fand, wie diese Dame oder diese Frau mit meiner Mutter einfach umgegangen ist und wie herablassend sie wirklich mit ihr gesprochen hat. Dann fällt mir noch eine Geschichte ein, diesmal aber von einer Freundin. Und zwar war sie bei einem Bewerbungsgespräch und bei diesem Unternehmen ist es halt gang und gäbe, dass man dann halt noch mit den Bewerbern und mit Mitarbeitern zusammen Mittagessen geht. Also saß sie dann zusammen mit ein paar Leuten dann eben beim Mittagessen und irgendwann fragte dann der Abteilungsleiter, ja, also sie haben ja einen ausländisch klingenden Nachnamen, woher kommt der denn? Und dann sagt meine Freundin, ja, ist aus dem Griechischen. Und dann sagt der Abteilungsleiter, ah, dann hat ja bestimmt jemand aus ihrer Familie oder aus ihrem Bekanntenkreis ein Restaurant, oder? Und sie dann, äh, nein, ein Busunternehmen vielleicht? Sie, nein, auch das nicht. Und das war auch natürlich wieder so eine Aussage, die total demütigend auch ist oder halt auch einfach unüberlegt. Und das ist eigentlich auch die gleiche Stufe zu stellen, wie mit Leuten, die dann Folgendes sagen, wie, also nichts gegen dich, gell, aber ich hasse ja alle Russen, die sind alle so asozial und trinken den ganzen Tag nur Wodka. Ja, das kann ich zum Beispiel auch nicht mehr hören. Naja, und bevor ich jetzt noch stundenlang so weitererzähle, dachte ich, höre ich mal auf, weil sonst wird das Video unendlich lang. Und von euch will ich wissen, habt ihr vielleicht auch schon Erfahrungen damit gemacht? Habt ihr vielleicht selbst einen Migrationshintergrund und habt dann deshalb vielleicht ähnliche Geschichten erlebt wie ich? Oder habt ihr das generell aus eurem Umfeld mal mitbekommen? Und postet das bitte in die Kommentare. Ihr könnt eure Geschichten auch auf Twitter und auch auf Facebook posten, einfach mit dem Hashtag UGH. Die Playlist zu dieser Aktion habe ich euch in der Infobox verlinkt. Es haben wirklich sehr viele verschiedene YouTuber mitgemacht und es sind wirklich super Videos. Schaut sie euch alle an. Und ja, dann bin ich mal gespannt auf eure Geschichten, auf eure Erfahrungen. Diskutiert und teilt sie mit uns auf allen Plattformen und nicht vergessen unter dem Hashtag UGH. Und dann sehen wir uns sehr bald. Ciao!